Unser 3-Matratzen-Schlafkomfortsystem besteht aus Unterbox, Obermatratze und Topper. Die Unterbox bestehend aus Buchenhartholz gefüllt mit Taschenfederkernen und die Obermatratze wahlweise gefüllt mit 1750 oder 500 Taschenfederkernen sind verantwortlich für den Härtegrad. Die perfekte Kombination von Unterbox und Obermatratze bilden das Liegebild und sind verantwortlich für die gerade Haltung ihrer Wirbelsäule und sichern den entscheidenden Vorteil eines Boxspringbettes, die Punktelastizität. Der aufliegende Topper bestimmt ihr Liegegefühl und ist wählbar in verschiedenen Materialien und Festigkeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017